Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Robins Finanzwelt. Heute geht es mir hier eben um die China-Aktie BYD. BYD ist wirklich in der letzten Zeit richtig stark angestiegen. Sie sind hier mega gut reingestartet, auch ins neue Jahr. Ich habe hier auch so die brandaktuellsten Infos für euch dann dabei. Einfach, dass man so ein bisschen die Absatzzahlen sieht und auch im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2020. Also bleibt da auf jeden Fall dabei. Ganz wichtige Infos. Und sie sind auch allgemein für die Zukunft sehr gut aufgestellt und auch in dem Sektor natürlich jetzt unterwegs, der in China immer spannender wird. Und wie gesagt, BYD ist mittlerweile auch in aller Munde, kann man sagen. Und wie gesagt, möchte ich auch auf den wichtigsten Wachstums-Check jetzt eingehen, dass man da so mal die wichtigsten Daten hat. Dann schauen wir uns am Ende auch natürlich noch den Jahres-Chart zusammen an und eben die wichtigsten Infos. Ja, und wenn euch mein Video, mein Kanal gefällt, dann drückt an dieser Stelle den Abo-Button, um mich zu unterstützen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf meiner Reise dabei seid. Ja, dann würde ich sagen, wir starten hier jetzt. Und zwar schauen wir uns jetzt erstmal den aktuellen Kurs an. Der liegt hier bei 28,43. Gehe ich aber später nochmal auf den Jahres-Chart drauf ein. Und wir haben hier richtig starke Wachstumspunkte, also 14 von 15 Punkten aktuell. Wir haben hier ein durchschnittliches Umsatzwachstum auf zwei Jahre von 9,8%. Im Quartal gegenüber dem Vorjahr von 40% und eine Performance auf ein Jahr, die sich richtig sehen lassen kann. Man sieht hier unten von den 4,33, wie es richtig nach oben gelaufen ist, in eine Richtung. 455% auf ein Jahr kann sich, glaube ich, sehen lassen. Und auch der Abstand zum gleitenden Durchschnitt, also zur 200-Tage-Linie, ist deutlich darüber mit 112%. Und wir haben hier dadurch auch ein sehr, sehr stabiles Kurswachstum von 95,9% aktuell. Selbst die Performance auf die letzten drei Monate, finde ich stark, die liegt hier bei 48,9%. Also der Trend stimmt hier und auch das Wachstum stimmt ganz klar, auch im Umsatzbereich. Und wie gesagt, mit dem Thema, was BYD natürlich hier hat, mit ihren Fahrzeugen, wird in China in Zukunft immer mehr werden, gerade bis zum Jahr 2030. Ja, werden sie hier ein großes Stück vom Kuchen, denke ich, abbekommen. Und jetzt schauen wir uns hier einfach mal an, was so die wichtigsten Infos sind, beziehungsweise was hier aktuell wichtig ist. Ist jetzt auch brandaktuell. BYD verkauft hier über 14.000 BEV im Januar. Also sie konnten eben die Verkäufe der Elektrofahrzeuge deutlich steigern im Januar. Und zudem bereitet sich hier BYD eben auch auf den Markteintritt in Australien und Neuseeland mit Elektroautos vor. Also sie wollen hier auf den australischen und neuseeländischen Markt vorpreschen. Ist natürlich wichtig, hier zu expandieren und da gut anzukommen. Bleibt abzuwarten, wie gut hier die Autos ankommen. Ich bin da aber ganz zuversichtlich. Und jetzt zunächst mal zu China natürlich hier zu den Zahlen. Hier hat jetzt BYD eben im Januar 20.178 Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride abgesetzt. Das sind 182% mehr als im Vorjahresmonat 2020. Das ist natürlich mega stark. Also 182% plus ist natürlich eine Marke für sich. Und darunter befanden sich im PKW-Bereich 14.400 E-Autos. Das macht insgesamt ein Plus von 181% und 5.400 Plug-in-Hybride mit 188%. Und hinzu kamen noch 307 E-Nutzfahrzeuge und das macht ein Plus von 171%. Ja, das ist einfach das Wichtigste, was man wissen sollte. Und dann ist es auch so, dass laut chinesischen Medienberichten zufolge zumindest hat BYD hier das Ziel ausgegeben, im Jahr 2021 400.000 NEV verkaufen zu wollen. Wobei sich eben dieses Volumen zu gleichen Teilen aufteilen soll. und damit wären im Schnitt 33.333 Fahrzeuge pro Monat nötig. Erreicht hat BYD hier eben im Januar 20.178 Einheiten, also ein bisschen darunter. Aber es sollen in diesem Jahr hier weitere Modelle auf den Markt kommen, unter anderem eben auch der BEV-fokussierten Plattform EV 2.0 nennt er sich dann. Und die wollen damit natürlich den Absatz dieses Jahr deutlich ankurbeln und eben diesen Schnitt von diesen 33.333 Fahrzeugen pro Monat schaffen. Weiterhin haben sie hier eine langfristige Vereinbarung mit Nexport unterzeichnet. Das ist auch ganz wichtig. Die eben eine Zusammenarbeit bei der Forschung, Entwicklung und auch beim Vertrieb in der nächsten Generation Elektro-Pkw hier in Australien und Neuseeland eben vorsieht. Also für den neuen Markt, wo sie vorpreschen wollen, wurde hier eben eine langfristige Vereinbarung geschlossen. Auch das ist der richtige Weg, wie ich glaube. Und es ist geplant, eben den Vorverkauf von BYD Elektroautos auf dem australischen und neuseeländischen Markt im Juli 2021 zu starten. Also das wären jetzt noch gute fünf Monate. Dann soll der Start losgehen und schauen wir einfach mal, wie das Ganze laufen wird. Ich werde auch immer mal wieder Updates zu BYD bringen, weil ich es einfach ein sehr spannendes Unternehmen finde. Es wurde jetzt noch nicht genannt, welche Modelle hier auf den Markt dort kommen. Denn auch das ist eine News, auf die man warten kann. Und wir schauen einfach mal, wo das Ganze uns hinführt. Schreibt mir unten gerne die Kommentare, wie ihr das Ganze findet und wie ihr BYD aktuell einschätzt. Und jetzt gehen wir noch auf den Jahreschart ein. Wir haben hier heute sogar ein Plus von 1,28%. Wir laufen hier wieder Richtung Allzeithoch. Das war hier bei 29,09. Und richtig schöner Chart kann man sagen. Wir sind hier auch im kurzfristigen Bereich über der 50-Tage-Linie. Die liegt aktuell bei 24,16 und natürlich deutlich, wie wir es vorhin gesehen haben, über 120% über der 200-Tage-Linie. Also das ist die lilane Linie. Also soweit stimmt auch der Trend hier mit der Aktie. Wie gesagt, ich denke, dass ein großer Widerstand hier wieder bei den 29 Euro liegen wird, weil das einfach so das Allzeithoch war. Wenn man da drüber hinaus kommen kann, dann steht hier nächstes Allzeithoch im Raum. Und langfristig gesehen bin ich sowieso mega positiv überzeugt. Und auch wenn sie hier auf neue Märkte vorpreschen. Das war es jetzt soweit von meiner Seite. Und wenn euch mein Video in meinem Kanal gefällt, dann drückt an dieser Stelle den Abo-Button, um mich zu unterstützen. Würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.